Liebe Besucherinnen und Besucher, willkommen zum zweiten Teil unseres Web-Vortrages Echt wahr, mit dem wir euch einige ausgewählte Irrtümer und Fälschungen der Archäologie vorstellen möchten. Mein Name ist Tobias Esch. Nachdem ich mit meinem Kollegen Markus Strathaus im ersten Teil die humoristische Grafiknovelle Motel der Mysterien und ein archäologisches Szenario des 5. Jahrtausends n. Chr. vorgestellt habe, kommen wir nun zur realen Fehldeutung der Archäologie. Beginnen möchten wir mit einem Fall, bei dem fehlende Vergleichsobjekte zu funktionalen Fehldeutungen von Funden führten, ähnlich wie dies auch dem fiktionalen Archäologen Howard Carson im Motel der Mysterien widerfährt. Dieser Fall führt uns nach Tournee im heutigen Belgien. Dort wurde 1653 bei Bauarbeiten das Grab des Merowinger Königs Hildrichs I. entdeckt. Der 481, 482 n. Chr. verstorben und mit kostbaren Beigaben bestattet worden war. Die Identifizierung ermöglichte der Goldene Siegelring mit der stilisierten Büste des Königs und der lateinischen Inschrift Hilderiki Regis. Dem Inventar war aber kein gutes Schicksal beschieden. Schon bei der Entdeckung kam vieles abhanden. Die verbliebenen Funde überführte der habsburgische Stadthalter der Niederlande zunächst nach Wien. 1665 ging der Schatz dann aus Dank für französische Militärhilfe in den Besitz des französischen Königs Ludwigs XIV. über. In Paris wurde er in der Bibliothek National aufbewahrt, wo es 1831 zu einem spektakulären Verbrechen kam. Die bestahlen das Grabinventar und schmolzen das Gold ein. Nur wenige Originale tauchten später wieder auf, sodass ein Großteil heute als verloren gelten muss. Glücklicherweise sind wir über das Grabinventar aber verhältnismäßig gut informiert. Dies haben wir dem Mediziner Jean-Jacques Chiflet zu verdanken, der bereits zwei Jahre nach der Entdeckung des Hilderich Grabs eine Publikation mit dem Titel Anastasis Hilderiki veröffentlichte. Sie gibt kurze Beschreibungen der Funde und bildet diese, für die damalige Zeit durchaus innovativ, recht originalgetreu ab. Auf dieser Grundlage konnten später auch die gezeigten Nachbildungen hergestellt werden. In seinem Werk lässt Chiflet gute Kenntnisse der wissenschaftlichen Literatur sowie der antiken und mittelalterlichen Quellen erkennen. Drei Aspekte sind aus heutiger Sicht jedoch nicht unproblematisch. 1. Chiflet konnte die Einzelfunde nicht mit dem archäologischen Befund kontextualisieren, da er bei den Ausgrabungen nicht selbst vor Ort war. 2. Chiflet schrieb keine neutrale Abhandlung, sondern nutzte die Anastasis Hilderiki, um den französischen Anspruch auf die Nachfolge der Merovinger Könige zu bestreiten. Dabei vertrat er eine pro-habsburgische Haltung, nicht zuletzt, da er eng mit dem damaligen Stadthalter, Erzherzog Leopold Willem, verbunden war und diesem sein Werk auch widmete. 3. Und dies ist für uns nun entscheidend, bei zwei Funden hat Chiflet ihre tatsächliche Funktion völlig verkannt und diese als königliche Schreibgeräte fehlgedeutet. 4. Dabei handelt es sich zunächst um ein goldenes, mehrteiliges Objekt, das Chiflet als Schreibgriffel Childerichs interpretierte. Auf seiner Tafel ist es in auseinandergebautem, geöffneten und geschlossenem Zustand sowie im Gebrauch abgebildet. 5. Die Beschreibung des Fundesverband Chiflet mit einer weitschweifenden Abhandlung über die Grafen. 6. Diese hätten angeblich über das königliche Grafiarium gewacht und selbst über dieses Gerät verfügt, um, ich zitiere, die Geheimnisse des Königs auf Schreibtafeln zu vermerken. 7. Es sollte 200 Jahre dauern, bis sich der katholische Priester Jean-Benoît Désiré Couché erneut mit dem Objekt beschäftigte und seine Funktion korrekt beschrieb. 8. Er erkannte, dass es sich um eine sogenannte Zwiebelknopf-Fibel handelte, also eine Gewandspange. 9. Mit ihr wurde eins der Feldherrenmantel verschlossen, den Childerich in seiner Funktion als römischer Dux trug. 10. Sie stellte also ein Statussymbol dar, ähnlich wie der gezeigte Siegelring. 10. Zwei weitere Objekte aus Gold mit Almandineinlagen deutete Chiflet als Beschläge einer königlichen Schreibtafel, die vollständig vergangen sei, da sie selbst aus Elfenbein bestand. 10. Dies würde natürlich gut zum vermeintlichen Griffel passen, traf aber wiederum nicht das Richtige. 11. Auch Couché deutete sie als Beschläge und zwar fehlerhaft als solche eines Schmuckkastens. 11. Erst 1937 konnte die Archäologin Hertha Rupp aufzeigen, dass es sich um Riemendurchzüge für eine Schwertscheide handelte. 11. Rupps Rekonstruktion wurde später noch modifiziert. 11. Zuletzt hat sich Dieter Quast vom Römisch-Germatischen Zentralmuseum Mainz mit der Frage beschäftigt und aufgezeigt, dass die Durchzüge aufgenietet waren, und zwar an den Scheidenkanten. 11. Unklar bleibt aktuell jedoch, ob sie untereinander auf derselben Seite oder an den gegenüberliegenden Seiten angebracht waren. 12. Hier seht ihr nochmals die Zwiebelknopffibel und die Sparta aus dem Childerichgrab. 13. Erstere übrigens in der Ausrichtung, wie sie am Feldherrenmantel getragen wurde. 14. Dies lässt sich gut am rechten Teil eines Diptychons veranschaulichen, das traditionell dem römisch-vandalischen Herrmeister Flavius Stilicho zugewiesen und in die Zeit um 400 n. Chr. datiert wird. 14. Ein Unterschied zum Inventar des Childerichgrabes besteht jedoch hinsichtlich der Aufhängung der Sparta. 15. Hier findet sich anstelle zweierseitlicher Riemendurchzüge ein einzelner, zentraler Beschlag. 15. Gleichwohl hätte die Kenntnis des Diptychons Chiflet möglicherweise vor seinen Fehldeutungen bewahrt. 15. Unser zweiter Fall spielt im nördlichen Ruhrgebiet, genauer in Herten. 16. Er zeigt auf, wie fehlende archäologische Kontexte zu falschen Interpretationen von Funden führen können. 1980 entdeckte der Rentner Paul Blaczynski einen kleinen Schutthaufen aus Feuerstein hinter seiner Gartenmauer im Stadtteil Disteln. Der Rentner informierte umgehend den Härtener Stadtarchivar, der den Sensationsfund für authentisch hielt und in die Mittelsteinzeit datierte. Unklar sei jedoch, wie die Flintsteine in Blaczynskis Garten gelangten. 16. Wurden sie vielleicht von einem Sammler zusammengetragen und dann von einer Person, die nicht um ihre kulturelle Bedeutung wusste, am Fundort entsorgt? 17. Um die Echtheit der Funde abzusichern, wurden Vertreter des Westfälischen Museums für Vor- und Frühgeschichte in Münster, der heutigen LWL Archäologie für Westfalen, um Stellungnahme gebeten. 17. Ihr Fazit in der Härtener Allgemeinen, das Werkzeug ist echt. Es stamme aus der Mittelsteinzeit, genauer aus einer Zeit um 8000 v. Chr. Tatsächlich waren aus Härten schon länger mittelsteinzeitliche Funde und Befunde bekannt. 18. Hierauf hat er schon 1940 der Prähistoriker Karl Brandt hingewiesen, der als Pionier der westfälischen Mesolitforschung gilt. In seinem Buch »Die Mittelsteinzeit am Nordrande des Ruhrgebietes« beschreibt er unter anderem sechs Fundstellen am Fleutebach, einem heute ausgetrockneten Nebenarm der Emscher. 20. Zwei dieser Fundstellen, Fleute 2 und 3, lieferten auch aussagekräftiges Material, d.h. Klingen, Kratzer und Abfälle aus nordischem Feuerstein, die erkennen lassen, dass die mittelsteinzeitlichen Steingerätehersteller die Ufer der Fleute als Werkplätze nutzten. 21. Da das neue Material aus Platschinskis Garten jedoch nicht aus nordischem, sondern aus belgischem bzw. südfranzösischem Feuerstein bestand, konnte es nicht westfälischen Ursprungs sein. 22. Daher hatte das Landesmuseum auch kein Interesse an einer Übernahme, sodass die Flintwerkzeuge im Stadtarchiv verblieben und fortan als Anschauungsmaterial an Härtener Schulen dienen sollten. 23. Doch schon bald folgte die Enttäuschung. Durch Zeitungsartikel wurde das örtliche Fleischwarenunternehmen Hertha auf den Fall aufmerksam und konnte Entscheidendes zur Aufklärung beitragen. 24. Der Firmeninhaber Karl Ludwig Schweißfurt war sehr kunst- und geschichtsinteressiert und ließ beispielsweise das firmeneigene Bürogebäude mit Werken zeitgenössischer Künstler schmücken, darunter eine Installation des Berliner Aktionskünstlers Wolf Vostell. 1978 gab Schweißfurt bei Vostell einen sogenannten Messerkalender in Auftrag, der an Kunden und verdiente Mitarbeiter verschenkt wurde. Diese Präsentkoffer sollten moderne und historisierende Fleischerwerkzeuge enthalten, darunter eben auch bearbeitete Feuersteinklingen. 25. Hierfür entsandte Schweißfurt eigens Mitarbeiter ins belgische Spien, berühmt durch seine steinzeitlichen Flintminen. 25. Einer der Mitarbeiter, Klaus Kürol, erinnert sich... 25. Das war ein ganz kleines Nesthörmer. Wir fuhren raus in die Felder. Auf einem Acker sah es Steine liegen. Sie sahen aus wie kleine Fußbälle, wie kleine Kugeln. Dort haben wir dann im Regen stundenlang die Steine zerkloppt. 25. Da die Mitarbeiter aber viel mehr Material aus Bienen nach Härten brachten, als für die Präsentkoffer benötigt wurde, kippte man den überflüssigen Flint zwischen dem Firmengelände und Blatschinskis Garten ab. 25. Bei ihrer Herkunftsangabe lagen die Archäologen aus Münster also richtig. Bei ihrer Datierung scheinen sich dagegen um 10.000 Jahre vertan zu haben. 25. Oder waren bei der Beschaffungsmaßnahme vielleicht auch steinzeitliche Werkzeuge aus Bienen nach Härten gelangt? 26. Dies wird sich erst klären lassen, wenn Blatschinskis Funde wieder auftauchen sollten. Ihre Spur verliert sich vorerst im Härtener Stadtarchiv. So viel zum zweiten Teil unseres Web-Vortrages und zu Irrtümern der Archäologie. In Kürze folgt dann der dritte und letzte Teil mit archäologischen Fälschungen. Bleibt am Ball und vor allem bleibt weiterhin gesund!